Das Luftdichtheitsmessverfahren der Blower Door ist bereits seit über 15 Jahren fester Bestandteil der Qualitätssicherung am Bau. Das unter- bzw. überdruckerzeugende Gebläse ermöglicht das Aufspüren von Undichtigkeiten in jedem Gebäude. Die verschiedenen Reduzierblenden des Ventilators ermöglichen Messungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Normgerechte Messungen mit der Blower Door bei Neubauten als Nachweis für die Energieeinsparverordnung, bei Passivhäusern speziell für kleine Volumenströme und zusätzlich zur Qualitätssicherung von Lüftungsanlagen, in großen, mehrstöckigen Verwaltungs- oder Bürogebäuden, bei Altbauten als wichtiger Bestandteil der Energieberatung. Mit dem Druckmessgerät DG700 ist die Blower Door Messung automatisch durchführbar. Mit den genauen Druckmessdosen ist das Gerät auch zum Überprüfen von Lüftungsanlagen geeignet. Zur Ortung, Visualisierung und Dokumentation von Läckagen dienen das Anemometer, der Nebelgenerator oder Rauchstift und die Thermografiekamera. Die für den mobilen Einsatz optimierte leichte und kompakte Bauweise des Gerätes ermöglicht in Verbindung mit der einfachen Handhabung jederzeit präzise Messungen. Die Blower Door wird in eine Außentür eingebaut. Der Ventilator saugt Luft aus dem Gebäude ab und erzeugt sekundenschnell den Prüfunterdruck von 50 Pa. Die abgesaugte Luft strömt kontinuierlich über die Gebäudeleckagen nach und kann an den Einströmstellen lokalisiert werden. Der Kennwert für die Gebäudedichtheit ist die Luftwechselrate N50. Die Blower Door wird normgerecht im untersten Geschoss in eine Außentür eingebaut. Zunächst wird der farblose Schlauch zur Messung der Gebäudedruckdifferenz verlegt. Die sogenannte Referenzdruckmessstelle sollte etwa 10 Meter vom Haus entfernt liegen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen werden die Quer- und Längsstreben des Alu-Rahmens der Blower Door zusammengefügt. Der Rahmen wird nun an die Türöffnung angepasst. Zunächst sollte zwischen Tür- und Alu-Rahmen ein schmaler Spalt bestehen bleiben. Mit den Drehknöpfen werden die Rahmenstreben fixiert. Die Blower Door-Plane wird nun mit Klettverschlüssen auf dem vorbereiteten Rahmen befestigt. Beim Aufstellen des Rahmens mit Plane in die Türöffnung werden nacheinander die Drehknöpfe geöffnet und die Streben auseinandergezogen. Die Drehknöpfe werden wieder fest verschlossen, dann die zugehörigen Spannhebel gespannt. Zur Queraussteifung des Rahmens werden zusätzlich zwei Mittelstreben eingehängt und gespannt. Der farblose Referenzschlauch wird jetzt außen auf das Verbindungsröhrchen gesteckt. Nun wird das Gebläse in den Rahmen eingehängt. Der Klettverschluss an der unteren Mittelstrebe fixiert das Gebläse am Griff sicher im Rahmen. Das Klemmbrett mit Drehzahlregler und Messgerät DG700 wird in die obere Mittelstrebe eingehangen. Nun wird die Einheit an das Gebläse und die Spannungsversorgung angeschlossen. Zur Aufnahme der Druckdifferenzen werden farbig markierte Messschläuche entsprechend den Farbmarkierungen auf dem Messgerät angeschlossen. Für die Volumenstrommessung wird der rote Schlauch an das Gebläse angeschlossen und der blaue Schlauch am Ventilatorband fixiert. Der grüne Schlauch für die Aufnahme des Außendruckes wird mit dem Verbindungsröhrchen zur Referenzmessstelle an der Plane rechts unten verbunden. Die computergesteuerte Regelung der Blower Door bietet Komfort und Sicherheit. Das gut strukturierte und übersichtliche Steuerprogramm Tectide Express führt klar und sicher durch die automatische Messung. Bevor man mit dem Aufspüren der Undichtigkeiten beginnt, sollte sorgfältig darauf geachtet werden, dass Fenster im Gebäude verschlossen sind. Zu einer ersten Abschätzung der Dichtheit und zur Leckageortung wird zunächst automatisch eine konstante Druckdifferenz von minus 50 Pascal erzeugt. Auf dem Bildschirm wird die aktuelle Luftwechselrate angezeigt. Luftströme dringen in das Gebäude ein. Bei dem nun folgenden Gebäuderundgang wird die Gebäudehülle auf Undichtigkeiten überprüft. Lufteintritte über Leckagen sind mit der Hand führbar. Zum Aufspüren und Dokumentieren der Leckagen ist es sinnvoll, technische Hilfsmittel einzusetzen. Mit dem Anemometer sind Luftströmungen und deren Geschwindigkeiten präzise messbar. Undichtigkeiten können so leicht aufgespürt und genau dokumentiert werden. Eine Möglichkeit der Visualisierung von Luftströmen ist die Verwendung eines Rauchstiftes. Luftströmungen und deren Wege werden sichtbar und somit nachvollziehbar. Zu Visualisierung dient ebenso ein handlicher, netzunabhängiger Nebelgenerator. Die Luftströmung wird durch den Zug des Nebels von außen in das Gebäudeinnere klar sichtbar. Die Thermographie bietet die anschaulichste Methode der Leckageortung und Bewertung. Auf dem Thermogramm ist die Auswirkung der Leckage auch für Laien gut nachzuvollziehen. Gerade bei Gebäuden mit hohen Räumen ist die Leckageortung auch ohne Gerüst oder Leiter möglich. Undichtigkeiten führen zu Bauschäden. Durch Leckagen strömt im Winter feuchte Raumluft in die Dämmung. Dies führt zu Kondenswasserbildung und Vollnis. Durch die Lokalisierung der Undichtheiten lassen sich diese nachdichten. So gewährleistet die Blower-Door-Messung eine große Sicherheit vor Bauschäden. Im Anschluss an die Leckageortung wird nun die eigentliche Messung durchgeführt. Die normgerechte Luftdichtheitsmessung ermittelt automatisch die exakten Werte der Luftwechselrate N50. Schritt für Schritt arbeitet das Steuerprogramm Tektite Express alle relevanten Inhalte ab, die von der Messnorm vorgeschrieben sind. Die Software leitet sicher und leicht verständlich durch den Messvorgang. Während der Messung dient das Menü Messung und Leckagekurve als Arbeits- und Kontrolloberfläche. Zur Ermittlung der natürlichen Druckdifferenz wird das Gebläse zwischenzeitlich mit der Abdeckkappe verschlossen. Nach 30 Sekunden erscheinen die aufgenommenen Werte auf dem Bildschirm und die Gebläsekappe kann wieder entfernt werden. Anschließend wird der Messvorgang gestartet, bei dem zu jeder gewählten Gebäudedruckdifferenz ein Volumenstrom ermittelt wird. Nach Abschluss der Messreihe wird nun noch der natürliche Differenzdruck nach der Messung aufgenommen. Die Auswertung der Messreihe mit den Endergebnissen wird im Fenster Messergebnisse angezeigt. Die Messung wird für den normgerechten Prüfbericht in das mitgelieferte Excel-Arbeitsblatt übernommen. Neben dem Unterdruckverfahren ist die Blower-Door ebenso für Messungen mit Überdruck konzipiert. Hierzu wird lediglich der blaue Schlauch an das obere Verbindungsröhrchen gesteckt und der Ventilator mit den Blenden nach außen gerichtet in den Rahmen eingesetzt. Der weitere Messablauf entspricht ansonsten dem Unterdruckverfahren. Die Überdruckmessung ist vor allem nützlich zur Erhöhung der Messgenauigkeit. Das Druckmessgerät DG700 ist über die Blower-Door-Messung hinaus auch als Einzelgerät für Messungen und Funktionstest an Lüftungsanlagen einsetzbar. Die Kapillare ermöglicht eine Druckverbindung nach außen. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erzeugt 0 Pa Differenzdruck zwischen innen und außen. Dieser wird mit dem DG700 nachgewiesen. Volumenströme an Abluftventilen lassen sich mit dem DG700 in Verbindung mit der Luftstrombox messen und dokumentieren. Die Minneapolis Blower-Door gewährleistet den Nachweis zugfreier Gebäude für die Energieeinsparverordnung und die Absicherung vor Bauschäden. Das Messverfahren mit der Blower-Door steht für die Qualitätssicherung rund um die Gebäudehülle und ist wichtiger Bestandteil der modernen Energieberatung. In unserem Schulungsgebäude bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ausführliche Seminare zu besuchen, in denen die Blower-Door-Messung in Theorie und Praxis anschaulich und nachhaltig demonstriert wird. Weitere Produktinformationen, technischer Service und Vertrieb Blauer-Door-Messsysteme für Luftdichtheit Weitere Produkt – Vielen Dank.